Was ich hier schätze? Ja, dass ich einfach hier die Betreuung habe. Was ich hier geniessen, ist, dass ich frei bin. Ich hätte es nicht besser bereichen können. Schon die drei Mahlzeiten geben den Bewohner die Struktur. Sie haben die Sicherheit, dass sie dann immer eine Betreuerin antreffen, wenn sie ein Anliegen haben. Die Idee des betreuten Wohnens ist, den Menschen, die zu Hause mit dem Alltag nicht mehr zu schlagen kommen, aber noch keine Pflege brauchen, es zu Hause zu geben. Irgendwie denke ich, es ist fast wie in einem Hotel. Wie sie es hier haben. Man kann kommen und ist eigentlich frei und muss sich nicht gross anmelden. Er sagt viel, sie sind hier eine kleine Familie und er fühlt sich wohl. Jeder Bewohner und jede Bewohnerin hat ein eigenes Zimmer mit einer Nasszelle, Dusche, WC. Und was so schön ist, Bewohner können oder müssen sich das Zimmer hier selber einrichten. Sie nehmen die eigenen Möbel mit. So haben sie eine schöne Rückzugmöglichkeit. Ich habe ein super Zimmer. Im Fernsehen läuft alles bei mir vorbei. Ich komme nicht. Ich habe immer Unterhaltung. Beim Eintritt stellen wir jeden Bewohnern Fragen nach Unverträglichkeiten oder was er nicht gerne hat. Und wir stellen jeden Tag für einen folgenden Tag das Essen auf und stellen. Und können auch auf Wünsche eingehen. Was für mich wichtig ist, ist das Geregelte. Morgen, Mittag und Nacht nicht allein zu essen, nicht allein am Tisch zu sein. Ich schätze natürlich die ganze Betreuung und noch mit den Bewohnern, wo man einfach Kontakt hat und etwas lustig haben kann. Wir helfen auch bei den Medikamenten mit. Und wenn es nötig ist, begleiten wir sie zu den Ärzten. Sie haben die Möglichkeit, die Heimärztin zu wählen, die bald drei Wochen ins Heim kommt und hier auf die Visite zu gehen. Wir haben die Freiheiten. Leandra kam mit mir in das Schloss suchen. Sie konnte das Schloss anschauen. Und letzte Woche waren wir miteinander in der Kirche. Das war ganz schön. Du bist nicht allein und kannst allein sein, wenn du willst. Ich bin freier. Ich muss um vieles nicht mehr kümmern, was ich vorhin habe gekümmert. Es ist sehr angenehm, oder? Es ist ja sehr gut von der Führung her. Und da bin ich sehr zufrieden. Ich versuche, dass du A-Mail hier nicht mehr anstattest. Also, es wird das Schuss in den Kirche anstatt. Und dann würde ich meinen, wie viel etwa sein und Quan Martina gefft. Wasst das, der K Burner wird. Und dann kann man mit einer Kinklirche anstatt. Da sein, dass wir ein Perfilter verursachen können, von der Kinklirche anstatt. Das war ganz schön. Da war. Das war ganz schön. Bis zum nächsten Mal.